Mit dem Griok, dem Donner Griok im Hintergrund, wünsche ich euch einen schönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda. Ja meine Freunde, es geht los. Wir versuchen das Monster aller Monster anzugreifen. Ich hatte noch keinen passenden Schild für immer dazu ein. Wir müssen noch mal wieder hoch. War das so Narnium Schild nicht Donner abweisend? Also beziehungsweise halt nicht aus Metall? Bin aber doch gerade weggeschmissen. Ich glaube schon die spawnen das. Nee, nee, Tatsche höher war das nicht, oder? Bittig unsicher. Doch, könnte tatsächlich die Etage höher sein. Ja. Mühen? So ein Attenbogen, hä? Egal, scheiß drauf. Egal. So, unser primäres Ziel wird sein, Tallinn auf uns aufmerksam zu machen. Nehmen wir mal den Schildschlitten, keine Ahnung. Äh, Tallinn auf uns aufmerksam zu machen. Im Bestfall nehmen wir natürlich unsere beste Rüstung. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Waffen wir nutzen sollen, aber ich würde einfach mal den hier nehmen. Äh, hier, der leitet mich. Und dann sollen die aus dem Ohr, um Ohren fliegen. Das, äh, ging schnell. Oh Gott, welches Rüstungsteil. Leit, ach. 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 Wenn Yonobu nicht auf Angriff geht, dann haben wir ein Problem. Oh Gott. Wow. Okay, der Griok ballert auch erstmal Gewitter raus. Okay, das war gar nicht mal wenig schaden. Ich habe nicht mehr viele Heile. Die erste Rübe ist da. Alle Rüben down und er ist erstmal richtig runtergefahren. Entsprechen. Entsprechen. Okay. 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 fliegt der denn so hoch? Ah, wie ist das gemein. Wie hilft er mich da runter? Ist das sein Ernst? Ah, wie ist das? 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 Mein Gott! So kurz vor Schluss gehe ich da jetzt nicht mehr auf. Och! Och! So, Master Griok. Ach, da oben. Hm. Hm. So. 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 Und das war's. Griokflügel. Aero-dynamischer Flügel eines Grioks. Sehr dünn und leicht, aber robust. Befestige ihn an einer Waffe oder einem Pfeil, um Wurf und Flugweite zu erhöhen. Griok-Donnerhorn. Horn eines Grioks, das die Elektrizität eines Blitzes abgibt. An einer Waffe befestigt, steigert es die Angriffskraft extrem. Okay. Wisst ihr, was das bedeutet? Also zum einen ist das mit den Teamkämpfen relativ nutzlos, aber wir sind mittlerweile in der Lage, Grioks zu besiegen. Einfach nur mit purer brachialer Kraft. Okay. Jo. Und dafür haben wir, ja, ein bisschen was gebraucht. Aber hat sich gelohnt. Würde ich schon behaupten, ja. So. Ist hier noch was? So, hier ist ein Abgrund, ja. Aber ist hier sonst noch was? Hm. 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 Natürlich ist das einfach nur ein Weg. Warum bist du hier einfach nur ein ganz normaler extra Schuss? Ohne alles. Einfach so. Einfach so. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Ach ja, genau. Das Ding war ja, ähm, dass um Taburasa herum ja ausgesprochen viele... Äh, äh, so nah baut, äh, so nah Ruinen oder gefallen sind. Hm. Bislang sehe ich nur dich hier. Bist du, was ich da jetzt ein bisschen bedauere? Wenn wir jetzt diesen Blitz-Girok, äh, äh, Donner-Girok machen, gemacht haben. Auch wenn das in den ersten 10 Minuten war, war es ja schon irgendwie das Highlight der Folge. Wir haben jetzt aber auch noch Taburasa, äh, betreten. Jetzt ist das hier irgendwie nicht, oder? Jetzt ist das hier einfach nur... Ja. Versteht ihr, wie ich das meine? Wir haben jetzt hier quasi jetzt die Folge, in der wir dann quasi zwei richtig spannende Sachen machen. Und dafür ist in der nächsten Folge eher weniger los. Wäre schon unfair, oder? Ist halt die Frage. Ist halt die Frage, was haben wir hier ein... Wieso haust du mich jetzt? Wird doch eine 4 eingesammelt. Nee, hab ich nicht. Ich hab den Girok besiegt und wir... Ich geh jetzt an einem Ding ins K.O., an einem Silberner Bock blinden. Muss ich Talin und, ähm, Genobo dafür deaktivieren, damit die... ... mich quasi friedlich gesonnen sind? Oder waren die schon Agro auf mich? Na, Kollegen? Ich glaube, ich hab ein bisschen was essen. Wir haben ja wirklich nix... ...in der Truhe oder so. Ein Grund, warum ich... ...huch ich angreifen sollte. Was natürlich sein Horn, aber... Ja, es ist jetzt nicht Grund genug. Ohne Pferd eigentlich schon ganz dumm. Wir könnten theoretisch bei der markierten Stelle gucken. Wenn wir schon mal hier sind. Könnten aber auch Richtung Tamurasa jetzt gehen. Wir könnten jetzt aber auch... ...ein bisschen Schreine jetzt abgehen. Und Schreine machen ist ja jetzt... ...nie verkehrt. So groß Schreine machen. Ich frage mich, was quizmäßig so ist. Äh, nicht quizmäßig. Ähm, questmäßig so ist. Dass man hier quasi das ganze Gebiet... ...mit Häusern bestücken könnte. Beta. Ich hab dieses Ding halt quasi halt gut getroffen. Aber ich glaub, da ist nix. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf zum... ...äh, zum Stall. Machen da wieder gutes Wetter. Nimm unser Pferd. Und dann reiten wir mal den Pfad entlang. Der quer durch Akala führt. Erstmal Richtung anderer Stall. Aber nicht um den anderen Stall halt zu machen. Sondern erstmal um den Schrein am Stall zu machen. Und dann gucken wir mal weiter. Äh. Gut. Jetzt gerade schönes Wetter. Gleich fängt es wieder an zu regnen. Schwierig einzuschätzen. Was am smartesten ist, ne? Nee, ich fand das in die falsche Richtung. Umdrehen. So, jetzt haben wir mal straight up. Wurde ich ein bisschen Speed geben. Vielleicht rennen wir ja sogar dem Regen davon. Wenn wir quasi... ...so weit gehen, dass das... ...dass das Wetter nicht mehr für jetzt wird. ...dass das... ...dass das Wetter nicht mehr für jetzt ist. Huh? Das ist schon eine ziemlich krasse Festung, nicht wahr? Ich glaube, die ist es tatsächlich mal würdig, in einer Folge quasi eingenommen zu werden. Diese Gegner-Festung. Das sind ja auch Alarmschläger. Sind sie dann für echte Gegner oder sind das quasi so wie Haustiere? Ich glaube eher letzteres. Ist ja quasi die ganze Truppe jetzt aufmerksam geworden. Hm. Hm. So. 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 wie. So. 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 Wie schnell das doch geht. Man muss also von oben rein. Er hätte das gedacht. Oh. Warten jetzt davor eigentlich noch Gegner. Tatsächlich nie. Oh, Jungs. Okay. Na, ihr kleinen dummen Batze. Mit blauen Bocklins im, ach doch, mit blauen Bocklins im Schlepptau ist der Typ tatsächlich eine Einfachheit. Erst die Silbernen, die ihm hinterherlaufen machen, ja, wirklich irgendwie gefährlich. Okay. und sprechen Quark Ich hasse dich, Junge, Obo Ach, mache doch selber, ist mir egal Wohl ulkig, das Juno, wo quasi so ein Wumms hat, dass er selbst so ein Boss will Und einfach spielen Wieso bin ich da nicht so langsam? Gut, dann kannst du heute hier noch bohren So, jetzt aber So Tada Ich sag die Zeit, ist okay Hm, müssen wir erstmal wieder auf den Weg zurück Ist mir egal Du hast nix besonderes Das ist mal von einem Schreien zum anderen Das ist ja quasi Ich frag mich, ob das über den Drafts-Vorway Jemals, ob man von einem Schreien Quasi in Laufrichtung zu einem neuen Gehen konnte, also sehen konnte Ja, die Entfernungen waren jetzt nicht Immer die krassesten, aber So Also im Zweifel waren die halt Schreien mit Schreienquests versteckt und so Oh ja Gut Dann springen wir nochmal eben runter Warum? Weil wir ja den Port-Punkt haben, kommen wir auch wieder hoch Boah, dann können wir uns ein bisschen Abgrund mal ein bisschen erörtern Ich hätte jetzt hier in der Kalle ja sogar wieder was krasses So quasi als Dein Sneak-Peak für die nächste Folge Oh Gott Ja, das war ein schöner Sneak-Peak Da ist ja ein Viech drin Deswegen ist das Ding auch so groß Da ist ja ein Viech drin Gott Okay Hupala Gut Dann würde ich sagen, warst du mit der Folge für heute Das haben wir Das haben wir Okay Macht das gut Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.